hallo und herzlich willkommen bei einer neuen folge ls 22 bietet challenge meine freunde wie immer mit exe tino und frisi der ist auch hier hallo weil wir sind nach wie vor ganz heiß am abfahren bzw erst ausladen rüben action geht weiter ja du hast gesagt du hast gar keine merke ich dachte ich kann mich revanchieren wenn man dann bei dir die rüben wunderballern aber du hast gar keine mehr beim nächsten mal wieder so kannst du dann vorunter fährst dann dein deutsch runterschicken dann fahr ich unten mit dem fan schon mal vor ja machen wir so gut wie gesagt ja machen wir einfach so weiter ich schreibe mir weiterhin auf alles brauchst du dich darum kümmern ja alles klar und stell dir die sachen immer nur hin und du musst halt dann deine maschinchen immer schicken ja machen wir so ich habe mal eine kleine frage läufst du immer zu den traktoren oder spring rein wieso ist das verboten weil gesagt wurde rp projekt und deswegen ist ja nicht hin und deswegen habe ich gedacht gut laufen aber ich kriege mittlerweile schon von meinen leuten anpfiff alles wird schon rum du läufst überlegen ich sage ja scheiße ich habe nicht ich ehrlich gesagt ich gucke eure folgen gar nicht aber ich gleich die zeit für aber ich bin noch nie also manchmal wenn es sich ergibt dass es total nah zusammensteht dann ja aber 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 sonst switch ich spring rein dann mache ich das ja auf jeden fall aber auch motor starben gut ne machst das ja das war es dann und unterwegs ich komme jetzt auch so war der kleine anhänger lädt schon wieder passt alles klar bis wenn was ist mäßig ja genau bis dahin bis dahin bis dahin ja wenn es keiner macht wo ich auch nicht mehr ich habe es ja auch mal so ein zwei folgen gemacht da habe ich schon gedacht scheiße wie sie du bist hin und her geholt das gibt wieder ärger du regelbruch und point aber anscheinend nicht also ich muss auch ganz ich muss auch ganz ehrlich zugeben manchmal weiß ich nicht so richtig was ich machen soll versuche ich vernünftig zu spielen dann wird gemeckert weil ich nicht rein springt das spiel ich und realistisch wie sie kann keine p es ist manchmal echt schwer aber daran sieht man aber man kann sich kein recht machen aber nicht nur jetzt nicht ich bin jetzt nicht auf den kommentare ich bin hier nicht schon wieder mich aufregen wie kommentare das war jetzt nicht der sinn aber ich wollte einfach nur damit sagen so als talk thema wirklich reines talk thema nicht zu meckern oder so einfach so dass man es eigentlich nie jemanden recht also nicht allen recht machen kann und ich glaube dieses verbiegen das ist schon so ein bisschen eine andere hausnummer finde ich so du verbiegst dich so um als allen irgendwie recht zu machen dabei kannst du es gar nicht und ja hast eigentlich die ganze zeit nur stress und ärger und fühlt sich wahrscheinlich selber nicht mehr so richtig wohl deswegen naja ende der geschichte ist verbiegt euch nicht bleibt so wie ihr seid das wollte ich damit sagen ja genau ja den den kleinen hängen wir jetzt an den deutsch weil der ist ja zu schwach der fänderschaft das ja weil dann haben wir ja eigentlich nur zwei dann können wir auch einfach dann kann man jeder jeder selber sein fahren ja wie lang brauchst du mich denn noch weil ich hier wenn du weg musst musst du weg das ist alles gut okay weil ich müsste nämlich jetzt wirklich langsam weg ja dann dann fahr ich mit einem und schick meinen auf helfe dann würde ich den kleinen feld aber mitnehmen ja passt traktor nein alles gut macht das alles ich danke dir für eine hilfe kein problem wenn du da bist du jetzt noch mal hilfe brauchst wegen singen sache bescheid dann kommt sprich rein und macht das eben wie weit bist du mit einer gra mit einem gras ist das erntereif noch nicht ganz aber gleich also sonst hätte ich gesagt nehmen die presse gleich mit ach so nee nee hol dich wenn es soweit ist okay alles klar bis dahin und würde ich jetzt das auch langsamer fänden also fertig machen meine ich die paletten verkaufen die die den salat ich muss hier ab heute drei folgen drei schöne schnackige folgen so jetzt geht's auf nach hause so kleiner fänd fahr um dein leben salat müssen wir gleich mal gucken wo wir salat verkaufen ja die schafe sind auch fleißig am produzieren da standen vorhin glaube ich schon eine volle palette stand da schon und eine halbe weil ich das vorhin gesehen habe dürfen ja nicht so viel arbeiten wenn wir sind aber ich habe da was gesehen ein weiter muss noch schönes soundpack schön Der Willi-Ferser. Wir gucken, wie es hier ausschaut. Wasser, Gras scheint noch drin zu sein. Gut, wir haben auch noch ein bisschen was liegen. So ist es ja nicht. So. Mal gucken, wo wir den Salat verkauft kriegen. Gras, hohe Käse, Salat. Der James' Farmermarkt gibt es bis jetzt noch am meisten. So, Markierung setzen. Mal eben auf die Karte gucken, wo der ist. Also wahrscheinlich wieder ganz oben am Arsch der Welt irgendwo. Äh, ja. Egal. Da komme ich ja nicht gerade her, ne? Naja, egal. Aber da müssen wir hin. Nützt ja nix. Gibt das meiste Geld da vorne, ne? So. Ich werde mal versuchen, in der nächsten Baufolge hier Wiese drauf zu machen. Ah, ne, da könnte ich, äh, was hält nun Bescheid geben, dass die da mal ansehen, würde ich sagen. Ja, das mache ich. Hier haben wir gerade eh nix zu tun. Komm, die an. So. Äh. Äh. Hä? Achso, warte mal. So. Komm, bei einem Lohnunternehmen, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, guten Tag, äh, Tino Althaus hier, hallo. Hallo Herr Althaus. Ich habe einen kleinen Auftrag, aber wirklich klein. Oh. Äh, bei mir, das Feld 55, da steht eine Schafweide drauf. Das ist bei mir ganz nah am Hof. Mhm. Da ist schon geflügt worden und alles, ich weiß nicht, ob es, äh, möglich ist, aber, äh, haben Sie eine Direktsaat für Gras? Dann würde ich da rum herum einmal Gras, äh, anpflanzen lassen. Ja, haben wir. Ach gut, dann würde ich das einmal in Auftrag nehmen. Da sind Steine und so drauf, äh, wollte ich jetzt nur Ihnen dazu sagen, damit Sie Ihre Maschinen nicht kaputt machen, die müssen aber nicht runter unbedingt. Das kann ruhig da drauf bleiben. Sind ja nur unsere Maschinen, ne? Ja. Ne, so war das nicht gemeint, aber... Ach. Wenn Sie das, äh, vorher wegmachen wollen... Wollen... Ja, okay. Die kommen dann mal zu ihr und lassen es reparieren. Oder so, ja. Ne, das wärs dann auch schon. Alles klar. Alles klar, dankeschön. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. So. 8000 Liter sind das. 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3... 2, 4, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3. ein ließ noch mal im kuchen ja nicht dass sie heute so gucken nicht dass der preis noch mal voll krass gesunken ist deswegen habe ich noch mal im schalein geschaut wie soll er wieder nicht angenommen wahrscheinlich daneben wo ist kein scheiß damit die mann hängen aha 14.000 das ist nicht schlecht was 15.000 dann haben wir das auf jeden fall jetzt auch schon mal das gab mal wieder 14.000 bin jetzt gerade am überlegen noch mal schafe zu holen oder ob ich jetzt spare ich spare ich muss mal langsam bauen leute ohne scheiß muss man langsam bauen frage ist nur wie und was ich bin eigentlich gerade hallo ja hallo hier ist der herr ferser der willi 666 gut selber auch ganz gut kann mich nicht beklagen super das freut mich du sag mal hast du eine einzelkornseemaschine ich habe gar keine maschine ach du hast gar keine europäer ist alles über slo machen ja okay kann ich verstehen weil teure technik ja und ich gerade auch gar keine lust habe auf eine einzelkunde maschine die zu kaufen und heute da ganz gerne das mal testen oder mir ausleihen also gegen die gebühr halten also habe ich leider nichts kein problem wenn du was brauchst du faust kauf an japan jahre ist so wo haben wir jetzt immer wohl erzählen hier kennt was wollte ich erzählen so jetzt einfach noch mal von denen ob ich noch mal 20 stück von so 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 ja mal irgendwas fragen finn hallo moin ich habe eine kleine frage ja kannst du mal kurz mitkommen selbstverständlich ich muss mir mal kurz was zeigen kannst du hier drauf ansehen nee da müssen wir erst einmal wieder sozusagen neues feld erstellen hier wieder durch mit einem tiefen lockerer verdammt das kann ich leider so nicht das würde ansonsten eigentlich klappen oder ja wir haben ein tiefen lockerer da können wir dann hier einmal schöne gerade ziehen im was willst und dann könnten wir hier ein sauberes feld erstellen das wäre super ich habe mal ein bisschen überlegt ich wollte das eigentlich hier alles so ich sag mal per hand alles mit gras ansehen aber das ist mir ein bisschen zu teuer als wenn ich sage komm wir machen hier normale gras da drauf ne würdest du mir bescheid geben wenn du mit diesem feld fertig bist dann würde ich zu runter zur dispo gehen und dann direkt den nächsten auftrag geben dann brauchst du nicht hin und her fahren du könntest auch jetzt schon richtig dispo telefonisch den auftrag durchgeben den teilen die wir damit und dann mache ich den im anschluss sofort weiter ja okay dann machen wir das so in ordnung das einzige wäre wie groß möchtest du das ungefähr denn haben wenn ich eine grenze ungefähr habe also einfach hier diese kante geradeaus nach unten die hat genau einfach ganz normal ich mache ich hier so nach unten hindurch ja ja das könnte man kann man machen okay cool danke dann gehe ich direkt mal telefonieren alles klar alles weiter jungen dann auch gleichfalls ja hallo ich habe eine kleine frage ich habe zwar gerade einen auftrag hier schon am laufen der finn ist bei mir ja der sieht hier gerade bei mir am feld gras an und ich wollte eigentlich fragen ich habe noch daneben ein feld das ist das feld 54 ja da würde ich ganz gerne einmal neues feld anlegen lassen und auch gras drauf sehen lassen wollen neues feld anlegen lassen ja ich wollte das vorher mit den guten englischen handrasen sage ich mal so machen aber das ist teuer jetzt habe ich mir gedacht scheiß drauf dann ist halt hier das ganz normale weidegras und knallst das da drauf und gut ist die sache besser ja und ja dann wäre das für mich billiger als wenn ich den guten englischen rasen und also müssten wir quasi auf die 54 mit dem flug kommen ja genau das hat der film mir gerade so gesagt ja mit einem tiefen locker oder so sozusagen ein neues feld anlegen ja die 54 haben sie gesagt ja lügen ja ich nehme es mit auf und so weiter finden mit großen fertig ist wird er sich darum kümmern sie haben ja wahrscheinlich mit ihm sie könnte es ja mit ihm ausmachen oder wenn er dann fertig ist ihm dann vielleicht kurz zeigen oder so ja er weiß eigentlich schon bescheid ich habe dann habe ich bin doch schon so mit ihm durch gegangen und er sagte ja das klappt das ist kein problem musste sich halt nur den auftrag mal eben abgeben und das habe ich ja also pflügen und was war und dann sollten wir was drauf ansehen ja genau gras ja auf gras ja alles klar ja nee dann machen wir das so dann wenn der bescheid weiß dann ist doch alles gut ja okay das hört sich doch super an wunderbar das wäre es dann auch schon vielen vielen dank tschüss tschüss grüß für raum einde mache ich ja k inhiben sie CM4 hallo hallo Herr Althaus hallo das MC Flower MC Flower ok oder was gibt es Halt, aber ich bin gerade so im Pressflow und ich habe ein unentgeltliches Angebot für Sie, also es kostet Sie nichts. Okay. Haben Sie zufällig noch was zu pressen? Ich habe gerade Luft. Wie? Ob ich was gepresst haben muss? Ja, ob Sie jemanden brauchen, der was für Sie presst. Ach so, ne, gerade nicht. Gerade. Gerade nicht. Wenn Sie was haben, sagen Sie gern Bescheid, es kostet Sie nichts. Okay, ja, weiß ich Bescheid. Na? Ja. Okay. Alles klar, Dankeschön. Danke. Ach so, Sie sind alt aus? Ja. Sehen Sie wirklich so alt aus? Ja, manchmal. Gut, ciao. Tschüss. Ach nee. Schon Stopp oder was? Nein. Nein. Warum? Frizi, warum? Ja. Aber, meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Schaut zur nächsten Folge vorbei und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein.